Cheers! Cheers! Tamara ist auch hier, aber ihr könnt sie nicht sehen, weil sie sich die Brüste machen lassen hat. Und dann passt sie nicht in den Frame. Leon? Ja? Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass Wien in letzter Zeit ein bisschen langweilig geworden ist? Nein. Aber keine Sorge, wir fahren heute wieder an den aufregendsten Ort der Welt. Oh, bitte sag mir nicht, wir fahren schon wieder nach Oberößen. Tamara kommt das erste Mal in meine Heimat und sie ist entsprechend gekleidet. Where are the rinds? Tamara glaubt auch das englische Wort für Rind ist rind. This one is called rind one, rind two. Can you guess what's the name of the third one? Hier sind nur zwei. Oh fuck, we lost Cindy. Du ziehst das hier hoch, jetzt ist es ein Hahn, weil es einen Zipfel hat. Und dann kannst du rausfinden, wie deine Kinder werden. Wie meinst du? Ich will eure Eltern euch hier auf dem Land nicht einfach ein Gameboy kaufen oder so. Die Freuden des ländlichen... Oh. Die Freuden des... Das hier ist mein Lieblingsrestaurant. Mit lokaler Küche. Aus dem Vietnam. Das ist mein Lieblingskellner. Okay. Vielleicht wird er nicht gefilmt. Glaubst du, hier erkennt dich jemand? Ja, die. Wie sind diese Jungs hier? Gefallen dir die Jungs? Howdy. Soll ich sag einfach mal Howdy? Ich geh hin und sag Howdy und was dann? Dann gehst du wieder. Soll ich sie fragen, ob sie ein Meet & Greet mit der G&J und... Und fahr nach Hause. Und ich mein's ernst, die fahr nach Hause. Jokes on you, hier geht kein Zug. Vielleicht findest du einen Traktor, den ich mitnehmen. Wir sagen hier, Auto stoppen, geht so. Mit den Fingern. Sie steht so die ganze Zeit auf der Straße. Ich hol die mal kurz. Nein. Tamara findet die drei Jungs dort drüben süß. Kannst du die mal fragen, ob sie interessiert an ihr sind? Okay. Okay. Er fragt gerade. Der Junge hat mir echt was mitgegeben. Tamara! Oh mein Gott! Da steht sein Instagram und seine Telefonnummer und ein Herz. Nein! Diese junge Dame hat gerade einen Typen aufgerissen und wir sind sehr stolz auf sie. Sie hat seine Telefonnummer bekommen. Mit einem Cowboyhub. Tamara hat gesagt, wir bekommen ein Update. Also Subscribe. Good morning. Weißt du, was gestern passiert ist? Nein. Kannst du mir was zu bringen? Ja. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich sehr verliebt in meine elektrische Skateboard. Und Nina hat sich jetzt auch eins gekauft, aber sie ist momentan maximal broke. Also ist es eher ein Spielzeugauto mit einer Platte obendrauf. Ninas Akku ist leer. Und nach ca. 30 Minuten fahren, muss ich sie danach immer durch die halbe Stadt ziehen. Wir kriegen so Finger-Six-Packs. Also habe ich der Firma von meinem Skateboard geschrieben und ihnen davon erzählt. Und sie haben gemeint, sie wollen Nina jetzt ein bisschen unter die Arme greifen. Wenn ihr auch ein elektrisches Skateboard wollt, schaut auf den Link in der Beschreibung. Ich bekomme dafür kein Geld, aber ich finde, das muss belohnt werden. Danke, X-Ray. Dann musstest du kurz die Augen verbinden. Okay. Ey, immer wenn ihr drei in meinem Zimmer steht, passiert irgendwas. Wann waren wir jemals? Ja. Mit den Lochis? Ah. Du hast Punsch getrunken. Ja. Heute kommt Shakira. Ja. Ich habe so Angst. Don't be nervous. Okay. Was ist das? Ja. Ich habe es rein. Kannst du schauen? Ja. What the fuck? Oh mein Gott, was ist das? Komm mal kurz mit. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nein. 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 Was ist das Problem? Mein Akkus. Hast du dich gerade aufgeladen? Wir haben es ausgepackt und dann sind wir losgefahren. Ich glaube, du musst mich wieder zu. Maribor im Martin. Wir haben nur noch einen Namen. Ingebot. Hup. 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 Vielen Dank.